Hallo, hier ist der alte Fuchs. Ich zeige euch heute mal eine Bananenstaude. Eine Banane wächst in einem unterirdischen Wurzelrhizom. Hier unten seht ihr die jungen Austriebe aus dem Rhizom. Die sind ein paar Tage, Wochen alt. Es handelt sich hierbei um eine Staude. Da ist ein jüngerer Trieb. Dieses ist ein älterer. Hier sind die Ganen, die ab ca. 18 Monate anfangen zu blühen. Hier hängt eine Frucht. Und die braucht ca. 3 Monate um zu reifen, bis sie genussfertig ist. Danach stirbt die Pflanze ab. Deswegen handelt es sich ja auch um eine Staude. Ja und die Bananen sind schon fast reif. Es fehlt nicht mehr viel. Vielleicht noch einen Monat. Das ist ein jüngerer Trieb. Ich versch�be... Ich schaffи keine andere nan-